Silke Neumann aus Halle schreitet auf den Teppich. Modisch abgestimmt sind Ball und Anzug. Zum Auftakt kommt der Ball selbst in dieser Schräglage nicht ins Rollen, aber dann. Über den fünften Platz im Mehrkampf kann sich die 15-jährige Hallenserin freuen. Nach Ester Niklas Rücktritt ist sie nun eine Spitzenreiterin, international allerdings noch nicht, aber mit Stürmerqualitäten. Da sehen Sie es. Gefangen kann der Ball mit allen Körperteilen werden. Egal, ob im Nacken, auf der Brust, mit dem Knie oder aber ganz konservativ mit den Händen. 9,6 erhielt sie und das war der vierte Platz, gemeinsam mit Lenka Dedikova aus Brunon. Und dann.